Eine Frage an dein Höheres Selbst In dieser geführten Meditation bekommst du die Gelegenheit, dich mit deinem Höheren Selbst zu verbinden. Eine Frage zu stellen, die dich beschäftigt und auf die du eine Antwort benötigst. In dieser geführten Meditation werde ich dich begleiten auf deiner Reise. Bevor wir jedoch mit dieser Reise beginnen, wollen wir uns zunächst einmal entspannen und zur Ruhe kommen und vorbereiten, um diese Reise zu genießen und auszukosten. Bitte suche dir zu dieser Meditation einen Ort, an dem du nicht gestört wirst. Mach es dir bequem. Leg dich auf eine Matte oder auf dein Bett. Schließe sanft deine Augen und konzentriere dich auf deine Atmung. Schau zu, wie der Atem kommt und wie er geht. Du atmest Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Ganz ruhig und gelassen atme tief durch die Nase ein und langsam ohne Eile durch den Mund wieder aus. Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Lass den Atem jetzt fließen, wie er möchte. Ruhig und sanft. Es gibt jetzt nichts für dich zu tun. Einfach nur atmen. Einfach nur atmen und sein. Erlaub dir jetzt alles loszulassen. Du musst jetzt nichts tragen oder machen. Du atmest Entspannung und Frieden ein und Verspannung und Unfrieden Atme wieder aus. Für diesen Moment kannst du wirklich alles loslassen. Alle Sorgen alle noch nicht erledigten Dinge alles planen und denken alles kannst du später wieder aufnehmen. Im Moment lege alles ab wie ein Pullover, den du ausziehst und zur Seite legst. Jetzt kannst du ganz du selber sein. Jetzt kannst du ganz du selber sein. Jetzt musst du nichts beweisen. Entlasse die Mimik aus deinem Gesicht und lass dich driften. Lass dich driften. Lass dich driften in deine eigene Innenwelt hinein. Dein Körper wird immer ruhiger und ruhiger. Du erlaubst allen Muskeln in deinem Körper abzuschalten. Du spürst ganz deutlich die Anziehungskraft der Erde. Dein Körper fühlt sich schwer unglaublich schwer und entspannt an. Und du singst mit jedem Atemzug noch ein bisschen tiefer in deine Innenwelt hinein. Dein innerer Raum der weitet sich und eine wohltuende Ruhe und Stille breitet sich in dir aus. Und du spürst den Frieden und die Stille in dir und um dich herum. Lass dich driften. Zieh dich aus allen Körperteilen deines Körpers zurück. Schließe die Tür ganz leise und sanft hinter dir. Schalte das Licht aus und lass den Raum um dich herum, den äußeren Raum immer mehr los. Du spürst den Frieden und die Stille. Deine Tagesgedanken haben inzwischen deinen Kopf verlassen und du bist ganz nach innen gerichtet und vollkommen entspannt und ruhig. jetzt bist du bereit etwas Neues etwas Positives zu erfahren und kennenzulernen. Und du lässt dich in dieser Meditation von meiner Stimme führen ohne dich auf sie zu konzentrieren. Lass dich driften ohne festzuhalten. Lass dich ganz ruhig von meiner Stimme und von der Musik begleiten. Du bist ganz ruhig. Lass dich ganz ruhig. Und jetzt bist du bereit für eine wundervolle Meditation. Stell dir jetzt bitte vor, dass sich direkt vor dir in der Ferne eine Brücke befindet und diese Brücke ist in den Nebel gehüllt und beim Näherkommen nichtet sich der Nebel ein wenig. Und intuitiv weißt du, dass diese Brücke, der du dich jetzt näherst, dich in die geistige Welt führt. Bitte geh nun ganz langsam auf die Brücke zu. Und mit jedem Schritt, den du tust, lichtet sich die Nebelwand ein bisschen. Und du weißt, dass du auf dieser Brücke ganz sicher bist. Und du kannst die Brücke jetzt ganz genau erkennen. Schau sie dir an, wie sie aussieht. Diese Brücke führt nach oben, direkt in den Himmel hinein. Und oben angekommen, da siehst du dich staunend um. Du siehst im Universum alle Sterne, alle Planeten. alles um dich herum funkelt und lebt. Staunend und ergriffen stehst du da und schaust dir alles an. Siehst du die wundervollen Lichter, die dich umgeben? Siehst du die Millionen Sterne am Firmament? Und da ist ein sehr, sehr hell funkelnder, glitzernder Stern, der deine ganze Aufmerksamkeit erweckt. Siehst du ihn? von allen Sternen um dich herum ist er der allerhellste und strahlendste. Er strahlt so kräftig und hell und so liebevoll und so intensiv auf dich herunter. und du weißt plötzlich, dass dieser Stern dein höheres Selbst repräsentiert. Von hier oben wirst du mit seinem Licht geleitet, geführt und geschützt. Und du spürst, wie sich dein Herz vertrauensvoll in diesem Licht weit öffnet. Weit öffnet. Und dein Herz geht jetzt in die Resonanz zu seiner Liebe. Bitte versuche nun, eine Verbindung mit diesem so hellen und funkelnden Stern herzustellen, indem du einen Lichtstrahl aus deinem Herzen zu dem Stern wachsen lässt. Stell dir einen Lichtstrahl oder einen Laserstrahl vor, der von deinem Herzen zu dem Stern am Firmament führt. Spüre die Verbindung zu diesem wundervollen Stern. Lass das Licht aus deinem Herzen zu diesem Stern wachsen. Lass das Band der Liebe fließen zwischen dem Stern und deinem Herzen. Das ist gut. Das ist gut so. Erst wenn du diese Herzensverbindung geschaffen hast, bitte dein Höheres Selbst, dir jetzt einen Hinweis zu geben, wohin dein Weg ab heute gehen soll. Frag dein Höheres Selbst, was es dir rät, wohin deine Reise gehen soll, welche Richtung eingeschlagen werden soll. Frag deinem Herzen und 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 dein Herz schon die Antwort auf deine Frage und sie stellt sich ganz von alleine ein und dann hörst du die Antwort tief in dir drin. Und vielleicht magst du diesen Stern dein Höheres Selbst jetzt fragen, was deine Lebensaufgabe ist. Vielleicht magst du das Höhere Selbst nach einem Tipp oder einem Rat fragen, wie es in deinem Leben jetzt weitergehen soll. Fühle tief in dich hinein und lass egal welche Antworten oder Antworten du in dir klingen hörst, lass dies Wissen in dein Bewusstsein einfließen. Was ist meine Lebensaufgabe? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Es kann nur ein einziges Wort sein, das du hörst. Nur ein einziges Wort. Oder du siehst ein Symbol oder ein Bild vor deinem geistigen Auge. Nimm dir hierfür jetzt ein bisschen Zeit. Lass dein Höheres Selbst und deine Seele jetzt mit dir kommunizieren. Nein, aber du siehst, Und erst wenn du wirklich sicher bist, eine Antwort gefunden zu haben, dann löse dich behutsam von dem Strahl und atme und lächle. Zeit, über alles nachzudenken, hast du später, wenn du wieder im Hier und Jetzt angekommen bist. Bitte löse dich nun gedanklich von der eben erlebten Situation. Gehe zurück zu deiner Brücke, geh auf ihr zurück ins Hier und ins Jetzt. Du beginnst deinen Körper wieder zu spüren und du erlaubst deinen Tagesgedanken wieder in deinen Kopf hinein zu strömen. Und mit jedem Atemzug kommst du höher und höher zurück in die physische Welt. Atme noch einige Male bewusst ein und aus. Dann streck dich ein bisschen, öffne deine Augen oder bleib noch einen Moment lang liegen. Überdenke, was du eben erlebt und erfahren hast. Und erst wenn du soweit bist, dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Und dann zurück zu kommen in den Raum, in dem du mit dieser Meditation begonnen hast. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir.